Recht herzlich willkommen zur 33. Folge von Avarion. So, letztes Mal hatten wir geschaut, wo wir hin müssen. Ich gucke das nochmal nach. Unser Ziel, Diplomatie, Mission. So, liefern müssen wir das. Und das muss nach 229 344. Was ist denn das für ein Notruf? Achso, das sind Sonderaktionen. Also, wir müssen nach 229 344. So, auf Karte zeigen. Das ist da oben. 229 344. Wir sind da und das Ziel ist da. So, jetzt müssen wir nach Norden. Ich würde aber gerne hier erstmal rüberfliegen und gucken, ob es eine Verbindung nach da oben gibt. Ich gehe davon aus, weil hier so grüne Punkte ja auch sind. Und da ist auch einer. Also, ich gehe davon aus, dass es Verbindungen da gibt. Gut, dann bedeutet das, wir müssen ein West-Süd-West-Tor finden. Nord-Ost-Tor. Da ist noch ein Tor. West-Süd-West-Tor, da ist es doch. Dann fliegen wir da mal hin. Achso, wir haben letztes Mal noch so einen Techniker eingekauft. Ich weiß gar nicht, ob der richtig hier zugeordnet worden ist. Hier ist keiner, dann wird das wohl passend sein. Ja, sind wir auf... Ne, das war nicht Techniker, das ist Techniker. Ja, passt wohl. Dann können wir weiterfliegen. Unser Hyperraumantrieb, dass er nicht leer wird, müssen wir gucken. Und so, dann da durch. Und dann müssen wir schauen, was dahinter ist. So. Okay, Map. Wunderbar, da geht es auch nach Norden. Das ist also ein Nord-West-Nord-Tor, glaube ich. Nord-West. Warte, wenn das da ist, dann müsste das Tor ja hier irgendwo liegen. Da, ne, das ist unser Tor. Ist wohl doch nicht so richtig aufgeteilt, oder? Ich sehe es auf jeden Fall nicht. Da ist noch eins. Nord-Nord-West-Tor. Na, es passt nicht Nord-West-Nord, sondern Nord-Nord-West-Tor. Wir sind ja näher am Norden. Das ist es auf jeden Fall. So. Nirgendwo dran erstoßen, das war knapp, ne? Den Rest fliegen wir mal, damit wir ein bisschen Treibstoff sparen, oder? Okay, geht. So, M. Ne, W. Leertaste erst unter den M. So, das ist 229, 334. Unser Auftrag. Mal gucken, war das auf jeden Fall, ne? Warte mal, jetzt müssen wir so eine Karte raus. Ne, Shift-Taste, nicht Steuerungstaste. Mission ist diese. 229, 300 Empfänger ist im Sektor 229, 344. M. 229, 344. Konaten in Navi eingeben. Und. Raus aus dem und. Achso, geht noch nicht, weil noch nicht sprungantriebbereit ist. So, jetzt. So. Leertaste drücken. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo das ist, ne? Ist das R hier? Ja. Nee. Raus da. Aber ist hier was? Hier ist doch sonst nix, oder? War das schon die Station gerade? Ja. Nochmal, bitte. Der Empfänger ist im Sektor 236, 357. Verbleibende Zeit, elf Minuten. Das ist jetzt wieder zurückfliegen, oder was? Da kommen wir doch her. Ich glaube, die Mission ist Kappe. Was soll das? Wieso ist da jetzt das? Also die Mission kann noch keiner dann schaffen, oder? Wieder zurück. Das ist nämlich hier, ne? Da kommen wir her. So. Und dann mal da hin. Leertaste drücken. Jetzt brauchen wir ein Süd-Süd-Ost-Tor. Das passt. Das ist besonders. Wir bringen die Klamotten da erst in diese Richtung und dann zurück, oder was? Verstehe ich jetzt nicht, aber naja. Wir werden sehen, was das Mission C gleich sagt, wenn wir da sind. Jetzt ist der Saft alle. Super. Fragezeichen, Fragezeichen. Da oben war die Effektivität. Okay, weil der Ding ins Dauerbrenner an war, wahrscheinlich. Und ich schaffe mir das zeitlich jetzt noch in den elf Minuten zurück. Aber wir haben neun Minuten hingebraucht, dann müssten wir das eigentlich hinkriegen, oder? Was tun sie? Der Gründe wartet auf mich. Ja, klar. Sehe ich auch so. Sie was geändert? Nein, ne? Nein. Ab durchs Tor. So, jetzt, wenn wir da rauskommen, müssen wir aber sofort einmal gucken. Nicht, dass da... Dann ist es nämlich ein Bug. Falsches Menü. 2,96, 3,57. Nein, das ist kein Bug. Jetzt müssen wir ein anderes Tor haben. West, Süd, West? Nein, wir brauchen Ost. Da ist es, glaube ich, ne? Ne, das haben wir jetzt ausgewählt, West, Süd, West. Wo ist das andere Tor, bitteschön? Da. Und hin. Naja. Uh, das war knapp. Und so wie ich was gesteuert habe, hätte es auch nichts gebracht, ne? So, da sind wir schon. Mehr Taste, Karte auf. 236, 357. Ne. Nord-Ost-Tor? Ich brauche was mit Süd. Süd, 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 Ost. Ich weiß nicht, wie lange die Zeit noch ist. Spielt jetzt auch gerade keine Rolle. Wir müssen das Ziel erstmal erreichen. In der Hoffnung, dass es dann klappt. Aber wieso das da oben ist und dann wieder zurück? Ich habe keine Ahnung. Das kann nur ein Bug sein, ne? Ne, erstmal Leertaste dann. Mission fehlgeschlagen, liefung Sauerstoff. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, warum diese Mission fehlgeschlagen ist. Die ist weg. Zeitlich nicht geschafft, aber ich weiß auch nicht. Tja. Was hätten wir da tun können, das ist die Frage. Jetzt haben wir das ja hier angenommen gehabt, oder? Wo war das nur? Sauerstoff. Und wir müssen mal hier die Dinge ins Aus machen. Dann können wir auch nicht schießen, ne? Was machen die hier? Maisfarben. Schwarz-Brett. Keine Auftrag. Güterschiff. Kriegen die rein, ne? Asteroid. Das bringen mir gerade nix. Das Güterschiff ist da irgendwie drin. Ah, da ist die Weizenfahre. Auftrag. Schwarzes Brett. Kein Auftrag. Ja. Daneben geklickt. Kein Auftrag. Okay. Was ist das denn? Düngemetalfabrik. Auch kein Auftrag. Okay. So, dann haben wir da noch was. Das müsste aber aus einer Fleischfabrik, okay. Die haben eine Lieferung. Leder. 20 Minuten wieder. 1400. Ne, die können wir erstmal ausgeben. Das andere war natürlich jetzt, äh... Warte mal, wir fliegen erstmal dahin. Docken an. Dann holen wir das, den Auftrag rein, ne? Dann haben wir mehr Zeit. Macht andersrum keinen Sinn, ne? So. Irgendwann Locking-Port, bitte. Wird eigentlich schon angezeigt, die Einflugschneise, ne? Docken mal da vorne. F, wie docken? Gut. Schwarze, weiß, Piraten greifen den Sektor an. Ja, kann ich jetzt aber nicht für. Ist immer noch 20 Minuten, 5.900. Haben wir akzeptiert. Leder. Leder. Jetzt gucken wir mal gerade, ob wir hier Leder drunter haben. Ja, Leder haben wir hier drunter. Passt. Und wo müssen wir hin? 239, 349. 239, 349. Super einfaches Ziel. Kriegen wir hin. Wenn da nicht ein Bug ist. Gut. Zurück zum Tor. Das müsste das sein. Hier gab es nur eins. Nordwest-Tor. Nord-Nordwest-Tor. Gut, fliegen wir da hin. Und gucken schnell, ob wir dieses zweite. Doch, ich hatte schon Angst, dass ich vor dem Rahmen knalle. Ziel erreichen. Das ist ein Nord-Ost-Tor. Das müsste unser Tor sein. Und dann sind wir schon am Ziel im Endeffekt, ne? Wunderbar. Drinnen im Ziel. Und Karte. Nochmal das gleiche. Nord-Ost-Tor. Karte nochmal. Ja, passt. Auf geht's. Zweite Mission, wir kommen. Wenn die dann auch nicht geht, dann ist es definitiv ein Bug, ne? Das eine war schon ein Bug, in meinen Augen. Und das zweite müssen wir jetzt mal schauen. Jetzt ist der Saft leer. Müssen wir da langsam hinfliegen. Aber das ist halt so. Ich weiß nicht, ob wir einmal stehen müssen und dann wieder fliegen, damit wir regenerieren können. Das könnte sein. So, jetzt fliegen wir gleich durch das schöne Tor. Frosch im Hals. So, und jetzt müssten wir am Zielort sein. So, wer möchte das jetzt nur haben? Ein Kreditor-Gebühr bezahlt, okay. Edelstahlmine. F. M. Nee. F. Escape. Da hinten ist noch. Hier ist auch noch was. Warte, machen wir das. F. Ist nicht. Ja, hier gibt es ganz viele, ne? Da ist auch jemand. Escape. Jetzt will ich erst mal nochmal hier oben in die Mission gucken. 239, 349. Ich glaube, das passt noch, ne? Edelmetallmine.es. Die Adresse ist Empfänger. Edelmetallmine.es. Oh, das sieht ja krass aus. Transporter. Kupfermine. Das könnte sie sein, ne? Nochmal F. Muss ja hier angezeigt werden, oder? Kein Auftrag verfügbar. Gibt es mehrere? Das ist die Frage. Edelmetallmine.es. Ist das auch? Gibt es noch mehr Informationen zu der Mine? Okay, das ist klar. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist. Das ist das Problem. Wir fliegen jetzt einfach da mal dran, ne? Natürlich die Frage, welche da sein könnte, ne? Wenn hier mehrere sind, ist es auch schwierig. F. Diese ist es definitiv nicht. Die ist es dann auch nicht, oder? Boah, jetzt nur diese Edelmetallmine zu suchen, ist schon der Bringer, oder was? Die kann ich gar nicht auswählen, jetzt hier, oder was? Das ist das da hinten. Das ist ne Kupfermine. Oh, nein. Was ist denn die andere Edelmetallmine da? Oh, oh. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob wir das gerade noch gerettet haben. Also hier ist ja richtig schlecht zu steuern, gerade, ne? So, das ist die Edelmetallmine. Da sehe ich das auch nicht. Das war Kupfer. Da ist auch noch einer. Ah, da ist sie. Dann mal schnell da hin. Dann kriegen wir die so her. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwo gegenknalle. So. 14, 12, 10. Lass mal ein bisschen langsamer fliegen. Schauen, wo wir... Ah, da unten können wir docken dann. Obwohl, da gibt es viele Docking-Ports. Na, das war jetzt schlecht. So, jetzt mal schnell ausliefern. Leder entfernt. Kohle gekriegt. 7300 waren das dann. Okay. Okay. Super. Was ist das? Titan. Das auch? Ja. Das ist aber das hier Dingens, ne? Eisen. Gut, okay. Dann haben wir die Mission auch erfüllt. Und ich würde sagen, das soll dann erstmal reichen. In der nächsten Folge schauen wir weiter, was wir dann machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.